Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Sorry erstmal für meine Stimme, ihr werdet es merken, ich bin noch ein bisschen erkältet. Der Postbote war aber eben da und ich kann es nicht abwarten, dieses Paket zu öffnen. Deshalb heute dieses Video. Hier ist das Paket, es hat mich erreicht. Und zwar ist es von der lieben Niki vom Kanal Nikis Beauty Channel. Wir haben ein Tauschpaket vereinbart. Wir haben uns das zugeschickt, das Thema ist Sommer und ich freue mich riesig, das jetzt auszupacken. Ich kann es nicht abwarten, ich bin super gespannt, was darin enthalten ist. Auch ich habe mir natürlich super viel Mühe gegeben. Ich habe der Niki extra was anfertigen lassen und ich kann es auch nicht abwarten, ihr Video zu sehen. Sobald es online ist, werde ich euch das mal unten in die Infobox verlinken. Und wenn euch jetzt interessiert, was darin enthalten ist, dann machen wir das jetzt gemeinsam auf. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ich kenne die Niki ja schon eine ganze, ganze Weile. Wir haben uns schon auf einigen Events getroffen und mit der Niki kann man wirklich Pferde stehlen. Also das ist so eine coole Socke. Wirklich, ich habe immer den größten Fates mit ihr und sie bringt mich jedes Mal zum Lachen. Und ja, so sieht das Paket jetzt aus. Ich habe es jetzt aufgemacht und es ist schon schön bunt. Ich lese euch mal den Brief vor. Und zwar steht hier, auch total schön dekoriert hat es es. Liebe Heidi, ich hoffe, mein Päckchen wird dich erreichen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Auspacken und ich hoffe, dir gefallen meine Sommerprodukte, die ich für dich ausgesucht habe. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Hab einen tollen Tag. Drück dich. Hab dich lieb, Niki. Total süß. Ich habe dich auch lieb, Niki. Ich freue mich. Vielen Dank, dass es jetzt geklappt hat. Also ich fasse einfach mal rein. Hier sind ganz viele bunte Sachen und ich bin total aufgeregt, wie man wahrscheinlich sehen kann. Und zwar habe ich hier dieses Päckchen. Ich fand die so toll im Sommer, dürfen Flash-Tattoos nicht fehlen. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Die sind wirklich schön bunt und Tattoos dürfen im Sommer tatsächlich nicht fehlen. Also damit kann ich auf jeden Fall was anfangen. Und zwar sind die jetzt von Alessandro. Und ja, das ist schon mal sehr, sehr gut. Da freue ich mich riesig drüber. Dann habe ich hier was von Balea. Und zwar steht hier vorne drauf. Sie hat es auch total süß nochmal eingepackt und verziert. Hier steht, im Sommer braucht man immer glatte Haut. Finde ich. Perfekte Größe kann man überall mit hinnehmen. Ah ja, okay. Das ist so ein kleiner Rasierer. Genau. Ja, das passt perfekt. Ich verreise nämlich Anfang August. Da geht es zu einem Event, worauf ich mich schon riesig freue. Und zwar ist das am Meer und da ist auch Sonne. Und da nehme ich euch sehr, sehr gerne mit. Auf jeden Fall brauche ich da schöne glatte Beine. Und da werde ich den auf jeden Fall mitnehmen. Den habe ich noch überhaupt nicht gesehen bei dm. Vielen Dank, liebe Niki. Super gut. Da werde ich auf jeden Fall auch an dich denken. Super, wirklich. Damit kann ich auf jeden Fall was anfangen. Als nächstes Produkt habe ich dieses hier. Und zwar steht da drauf, das beste Sonnenöl. Okay, das ist von Garnier. Das verwende ich auch immer. Das ist ein Bräunungsöl. Es duftet so, so gut. Es duftet einfach, ja, so gut. Total nach Urlaub, nach Sommer, Strand und Meer. Super, sehr cool. Kann ich auf jeden Fall zu 100% auch was anfangen. Scheinbar kennt mich die Niki. Wir machen mal weiter. Und zwar habe ich jetzt hier Glitzer, Glitzer, Glitzer. Steht hier vorne drauf. Ich weiß nicht, was es ist. Ich mache jetzt hier mal das Papierabkument. Das kenne ich gar nicht. Also ich glaube, ich war schon lange nicht mal bei dm. Es wird Zeit, dass ich mal wieder zum dm gehe. Und wir gucken mal, was es ist. Es ist wahrscheinlich so ein Spray. Genau. Ein Body Spray. Genau. Golden Shine steht hier vorne drauf. Mit Goldschimmer. Mhm. Okay. Mhm. Riecht schon mal sehr gut. Testen wir doch gleich mal aus. Ne, Niki? Was meinst du? Ah ja, okay, cool. Ja, das sind so goldene Schimmerpartikel enthalten. Oh, das ist bestimmt ganz toll auf der Haut. Wenn man schön gebräunt ist im Sommer und am Strand entlang schlendert. Richtig cool. Jo, vielen Dank. Freue mich auch sehr darüber. Dann machen wir weiter mit diesem Paketchen hier. Hier steht, bei der Hitze binde ich immer meine Haare zurück. Jo, mache ich auch. Außer, wenn ich Videos drehe. Das sollte ich vielleicht auch mal tun. Genau. Hier sind diese Invisible. In wie Sibi. Eins, zwei, drei. In wie Sibobble. In wie Sibobble. Genau. Okay. Egal. Schneide ich auch nicht raus. Genau. Das sind drei Stück. In so einem Babyblau. Finde ich richtig cool. Kann ich natürlich auch was mit anfangen. So, dann haben wir als nächstes. Schauen wir mal, was wir noch hier. Oh, da ist jetzt ein Produkt schon rausgepullert. Hier steht, Pflege. Ich piele mich immer, bevor ich mich bräune. Okay, mache ich auch. So, schauen wir mal, was es ist. Und zwar ist es von Treckle Moon. Ich liebe Treckle Moon. Eine Körpermensch. Genau. Mit pflegendem Mandelöl. Okay. Ich bin nur für kürze Zeit behelflich. Also es ist scheinbar eine LE. Kann ich auch gerne mal testen, wie das riecht. Mhm. Okay. Riecht schon mal sehr gut. Hm. Ist auch schön, ja, so schön zart. Also es ist ganz, ganz angenehm. Und riecht sehr frisch. Ja. Okay. Cool. Freue ich mich. Dankeschön. Ja, werde ich auf jeden Fall auch verwenden. Und dann habe ich dann hier noch dazu das Peeling. Und zwar von Balea. Ein Duschpeeling. Orange Minze. Das habe ich auch noch gar nicht gesehen beim DM. Also wie gesagt, ich muss unbedingt zu DM. Oh, richtig cool. Dankeschön. Ich liebe Minze. Und zwar trinke ich ja super gerne meine Smoothies. Wisst ihr ja. Und da packe ich immer ganz viel Bio-Melisse oder Minze rein. Also wer mir auf Snapchat folgt, weiß das auch. Habe ich immer frisch in der Küche. Und deshalb freue ich mich riesig über dieses Produkt. So, dann machen wir weiter. Jetzt habe ich hier noch was Großes. Und zwar sieht es so aus. Hier steht, ich liebe es. Ich hoffe, du auch. Okay. Müssen wir mal gucken, was es ist. Was ist das? Ein Slush-Eis-Becher. Okay. Ice-Max. Habe ich noch nie von gehört. Was bitte ist das? Was mache ich damit? Einfache und schnelle Zubereitung direkt im Becher. Okay. 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 Also wir haben ja eine Slush-Maschine. Die hat sich der Alessandro vor zwei Jahren gewünscht. Und die ist ständig im Einsatz. Aber ja, warum nicht? Hey. Wir probieren immer gerne neue Sachen aus. Also scheinbar. Ah ja, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Da ist scheinbar noch wie so ein Kühlakku mit dabei. Das packt man in den Gefrierschrank. Genauso mit diesem, also auch diesen Becher hier. Und dann füllt man ein Getränk ein. Und ja, scheinbar. Ich fange einfach mal aus. Bevor ich da lang rumquatsche. Genau. Ja. Ah ja, seht ihr? Genau. So habe ich mir das vorgestellt. Das ist nämlich weich. Und hier innen ist dieser Kühlakku. Genau. Moment. Ich habe es gleich. Ja. Da ist dieser Kühlakku. Oh, da ist schon was ausgelaufen. Oh nein. Oh nein. Okay. Muss ich dann mal kontrollieren. Auf jeden Fall denke ich mir, dass wenn man das Getränk dann da reinpackt und dieser Kühlakku drin ist und wenn man das dann eben so die ganze Zeit, ja, eben diese Bewegung macht, nachquetscht, dann entsteht dieses Crush-Eyes. Ja, cool. Da freut sich mit Sicherheit der Lissandra drüber. Sehr gut. Sehr gut, Niki. Hast du mein Kind glücklich gemacht? So, und jetzt habe ich noch ein Paketchen hier drinnen. Und dann schauen wir mal, was das ist. Kutsche, kutsche. Sorry, wenn es zu laut war. Ja, genau. Das ist das Letzte für ein weißes Sommerkleid. Und da hat es auch immer so süße Schleifen dran gemacht und so Aufkleberchen. Auch richtig cool. So, bin ich mal gespannt, was da jetzt noch drin ist. Ui, oh mein Gott. Oh mein Gott, du spinnst. Niki, wo bist denn du runtergeflogen? Was ist mit dir los? Eine Tasche von Michael Kors. Schaut euch die bitte mal an. Oh mein Gott. Ja, cool. Schaut mal, so eine kleine Tasche kann man sich schön umhängen. Ah, deshalb dieses weiße Kleid hast du geschrieben. Genau, auch ein weißes Kleid im Sommer. Dankeschön. Oh, ich freue mich voll. Vielen Dank. Ja, Wahnsinn. Also ich kann tatsächlich mit allem was anfangen. Also es ist alles super toll für den Sommer. Slush-Maschine. Richtig cool für ein Lissandro. Zum Peelen was, zum Rasieren was. Damit ich schön glitzere. Damit ich mich bräunen kann. Dann habe ich Tattoos bekommen. Und eine richtig coole Tasche. Oh mein Gott. Ach ja, und noch etwas, damit ich meine Haare zurückbinden kann. Richtig cool. Ich freue mich voll und einen total süßen Brief. Vielen Dank, liebe Niki. Ja, ich freue mich riesig. Ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr jetzt hier so am besten fandet. Was ihr am schönsten, ja, findet. Und ich freue mich riesig, wenn ihr wirklich mal jetzt bei der Niki vorbeischaut. Und guckt, was ich ihr so eingepackt habe. Ich bin so gespannt auf ihr Video, wirklich. Und ansonsten würde ich mich total freuen, wenn ihr noch bei meinem letzten Video vorbeischaut. Da gibt es nämlich eine Verlosung. Das wollte ich auch noch dazu sagen. Und ja, vielen herzlichen Dank, liebe Niki, dass es geklappt hat. Ich freue mich riesig, wirklich. Ich muss das jetzt alles erstmal so richtig noch schön für mich genießen. Und mir nochmal genauer angucken. Aber vielen Dank, dass es geklappt hat. Euch wünsche ich jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut, meine Lieben. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Lasst euch gut gehen und bis bald. Tschüss!